Yeah! Adult Swim Games! Moin! Ah, moin! Hallo Freunde! Hallo Freunde! Es geht los! Leon! Ja? Heute spielen wir Duck Game, um was geht es denn im Spiel, Leon? Ihr seht mich hier, ich bin der Graue, das weiße Sascha, der mit der Kettensäge und wir müssen uns gegenseitig umbringen mit diesen Waffen, die man hier finden kann. Oh! Genau. Musik ist geil, die passt dazu. Freunde, die Enten sagen grad... Oh, scheiße! Warte, warte, warte! Die Enten sagen... Abonniert unser Instagram. Okay, Freunde, jetzt passt mal auf. Oh! Ich hab Rüstung! Was? Scheiße! Nein! Nein! Hilfe! Boah, die Federn! Scheiße! Okay, du hast einen Punkt. Die Steuerung ist noch kompliziert, Digga. Hä? Hä? Oh! Was passiert hier, Digga? Muss ich nachladen, irgendwie? Ah, Leute! Nein! Der bleibt einfach stehen! Was? Geil, Digga! Okay, scheiße! Geil! Freunde, ich bin die Ente mit der Uzi! Droh! Alter, die verzieht komplett! Jawoll! Scheiße, nein, Digga! Alter, Jetpacks, oder? Ah, Viereck, dann setzt du sie ein. Woo! Pam! Frickshot! Wo bist du? Hallo? Scheiße, mein Jetpack ist leer! Ha, verarscht, Bro! Ah, ja? Oh, ja! Oh! Oh, Alter! Okay, krass! Skill! Ihr seht, es gibt verschiedene Waffen. Boah, geil! Einfach das Brain! Alter, das ist nur ein Triple Shot, glaube ich. Boah! Geil getroffen! Boah! Boah, was? Boah! Ja! Nein! Es gibt auch Rüstung, die man aufheben kann und sowas, dann hält man mehr aus. Okay. Wo sieht man die Punkte, Leon? Am Ende der Runde sehen wir auf jeden Fall, wie viele Punkte wir haben. Ich hab Schuhe! Krass, Schuhe, Digga! Was bringen die? Weiß ich nicht, vielleicht schneller? Guck mal, kannst du auch so fliegen mit deinen Flügeln? Ja, wenn du X gedrückt hättest. Ah, okay. Die Tische kannst du auch aufheben. Echt? Ja. Beide! Einfach beide, ja? Achtung, Stacheln. Oh! Nein! Du hast eigentlich gespürt! Jawohl! Ja! Okay, Freunde, jetzt passt mal auf, habt ihr schon mal eine Ente mit einer Granate gesehen? Äh, du hast sie gezogen. Ach, du! Scheiße! Das ist alles zu blöd für die Granate. Oh, oh! Oh! Lass mich doch weg! Oh! Du bist doch schon tot! Ja, ich bin schon tot, ja. Äh, hier kann man auch irgendwie Geheimräume und so öffnen. Also, ich habe gerade eben irgendwas gesehen mit einem Schlüssel. Rüstung? Wie wirft man die? Ah! Kannst du mir bitte mehr davon... Lol! Lol! Da war ein Portal. Lol! Tuck, 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 tuck! Boah! Alter, was für ein Crackshot! Was?! Die ist hier hoch durch das Portal und dann auf dich die Granate! Die ist hier? Die ist hier. Scheiße, ich habe vergessen. Siehst du, hier siehst du. Fällt mir gerade ein. Bam! Fünf Punkte. Warte. Vier Punkte. Ah! Du bist am Gewinnen. Das heißt, ich habe gewonnen! Aber es geht weiter! Warte! Aber wir sind auch nicht am Ende. Oh! Der Slipper! Alter! Geil! Komm, hol sie dir! Hol sie dir! Scheiße, ich muss nachladen! Tot! Ich wollte den Stein als Deckung nehmen! Ich wollte testen, ob das geht! Scheiße! Komm, hol sie dir! Okay, Digga, das will ich haben! Oh mein Gott! Oh, Rüstung! Was hast du? Was ist das? Digga, was ist das? Hilfe! Jawohl! Was?! Digga! Ich kann dich aufheben! Nein! Doch! Okay, ich spiele jetzt richtig ernst! Okay! Digga, das ist so ein Trash! Diese Waffen! Trash! 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 Jawohl! Jetzt nehme ich dich nämlich! Hilfe! Boah! Boah! Geil, Alter! Alter, es geht einfach durch die Box durch! Geil, Digga! Geil! Ich bin verwirrt! Was macht meiner? Ich bin du! Hä? Hallo? Was? Ich hab dich gesteuert aus Versehen! Ich hab Gedankenkontrolle! Das ist eine Gedankenkontrollwaffe gewesen! Alter, das heißt, du hast gewonnen! Ja! Komm her! Komm! Komm! Stopp! Komm! Ich muss nur treffen! Töten! Töten! Er tötet sich wieder selber! Hahaha! Scheiss! Nein, Digga! Wie kann ich mich so dumm töten? Okay, okay! Wir können das anders klären, Leon! Oh! Eis! Was? Digga! Was? Was für ein Trickshot! Ich wollte doch nur auf... Okay, okay, wie denn? Du wolltest nicht auf mich eingehen! Wie denn? Ja, jetzt neue Runde, neues Klären! Ja! Oh! Hallo! Haha! Muss bestimmt nachladen! Oh! 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 Meine Mine! Jawohl! Nein, Digga! Meine Federn! Hahaha! Umso länger du gedrückt hättest, umso... Hat's gehoben! Ich hab keine Munition mehr! Das darf er nicht wissen! Aargh! Schlot! Alter, er hat einfach die nächste Waffe aufgehoben! Schrot! Okay, Leon! Stopp, stopp Oh man, ich habe Stopp gesagt Ja, aber ich habe gewonnen Intermission, bin ich jetzt schon am Ende Oh, oh Du bräuchst einen Punkt zum Gewinnen Habe ich gewonnen, habe ich gewonnen, habe ich gewonnen Jawohl, Freunde Ich bin der Graue Jawohl Das heißt, du hast gewonnen jetzt? Ich habe gewonnen, ja Das war so unfair, ich habe gesagt Stopp Gib mir deinen Pokal, ich bin der Pokal, Mann Nochmal, nochmal Digga, wie unfair hast du gerade gewonnen? Wieso? Ich habe Stopp gesagt Du musst einfach weiter So funktioniert das Okay, verstehe, verstehe Hilfe Ja, Hilfe Muss nachladen Hä, schieß doch Deiner muss aufbauen Hui Was? Trickshot Ja Okay, 2-0 Scheiße Es geht nur um Oh Ja, es geht nur um Jawohl Digga, Mann, was ist das? Scheiße Scheiße Okay, Digga, jetzt spiele ich ernst Oh, Alter Alter, er schaut mich nicht mal an Du machst nur krasse Kills Ja, aber die sind sehr selten 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 Alter, hab ich mich Direkt die krasse Waffe Nein Geil Lass mich Lass mich Hilfe Nein Oh, ja Komm jetzt schnell Lass mich Lass mich Kommst du nicht raus Weg mit dir Nein Jawohl Warte, 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 warte Ja Hier Mit dem Eis kann man auch irgendwas machen Ja Ja Nein Ich hab doch getriggert Getriggert Will dich nehmen Okay, warte, warte Jetzt können wir das klären Oh, Geschenke Hier, ich gib's dir Hier auch Alter, was? Digga Tschüss Nein Ich hab die Map nicht gesehen Ich wusste nicht, was mich erwartet Alter, es rutscht Ja Nein Bitte Bitte, bitte Nein Nein, Digga, so close Ich glaube, wir sind aber beide draußen, oder? Hoffentlich Intermission Schon vorbei Nein, nein, nein Das geht immer bis 10 Punkte Das ist nur so ein Zwischenstand Schon wieder, wie letzte Runde 5 zu 4 Nein, nein Ja Ich muss gewinnen Ich muss gewinnen Du bist am Gewinnen Hä? Du bist vorne, Digga Nein, du bist die weiße Ente Du hast 5 Punkte, ich hab 4 Geil Okay Was ist das, Alter? Lammwerfer Oh, was? Aber ich wusste nicht, dass man da durchspringen kann Was macht das? Hä? Ah, lol Kann man so dumm sein? Nein Ich muss dich einfach nur abballern Oh, ich bin gerade gesprungen Okay Oh, scheiße Cool gedacht, hä? Lol, lol, er hat genau dann die Rüstung angezogen Hä, mein Hut Ah, was? Jawoll Alter Ich hab doch ne Rüstung Tschüss Jawoll Was? Gewonnen Alter Okay, 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 okay Jetzt muss ich aufholen, Alter Jetzt muss ich aufholen Ich bin weiß, gell? Ja Ah, was, Digga Ein Schuss Alter Scheiße war das Dafür schon mal ein Like da lassen Ich tu dich jetzt quickscopen Okay Schieß doch Ah Quickscope Was für ein Quickscope, Digga Hardscope Nein, Digga Jawohl Was passiert jetzt? Tschüss Tschüss Nein, nein, nein Jawoll Nein Scheiße, Digga Okay, Digga Jetzt Freunde, das ist mal die letzte Runde Also die letzte Runde, in der ich gewinne Wenn es euch bis hierhin gefällt Dann passt mal auf So, ich hab High Ground Ja Wenn es euch gefällt Dann lasst du ein Like da und schreibt Leon ist krasser Ich glaube, du hast trotzdem gewonnen Was? Weil du hast die ersten Runden die ganze Zeit gewonnen Alter Einfach zwölf Punkte Achso Ah Da geht's Let's check Oh nein Was? Yeah, Freunde Yeah Merci Süß Guck mal, du kannst den Mund offen lassen Nochmal Ja, okay Warum nicht? Okay, ich würde sagen Die Runde entscheidet alles Okay Warte Alter Ja Tschüss Nee Leuch Nee Jawoll Was? Ja Ich lebe Die erste Runde habe ich gewonnen Die zweite Runde hast du gewonnen Lol Deswegen ist das jetzt die alles entscheidende Leute, du hast es einfach gekillt Die alles entscheidende Runde Genau Sehe ich genauso Alter Alter Das sind einfach Portaltüren Hilfe Ich muss ja gar nichts machen Scheiß, wusste ich wo ich bin Nein Nein Ich bin doch gesprungen Du warst am Nachladen Alter Alter Granaten kann er nicht umgehen Was? Oh mein Gott Nein Ich wollte die Waffe testen, Digga Schade, ne? Immer wenn es geil wird, machst du alles kaputt Okay, okay, er geht gar nicht mehr Jetzt werde ich auch nicht mehr Freunde, jetzt Gutes Video, Freunde Was? Alter, was? Okay, jetzt macht ihr mich sauer Ich komme hier nicht hoch Hilfe, Hilfe Alter, wenn ich das noch geschafft hätte Was ist das für eine Waffe? Oh, was? Nein Was gebratet ist Hühnchen? Lol, was? Ich habe es nicht verstanden Ich habe es nicht verstanden Das ist ein Schlüssel Ich habe Schlüssel Warte mal, warte mal Lass mal schauen, wofür der Schlüssel ist Okay, ja, lass mal schauen Ich mache doch nichts Ich schaue nur mit dir Hilfe Nein Jawoll Gebaitet Ich habe doch nichts gemacht Du bist mir hinterher gerannt Ich habe nichts gemacht Oh, ich dachte, das wäre der Trickshot des Jahres Zack Gehirnwäsche Nein, lass mich, lass mich Nee, jetzt steuerst du mich Lass mich, lass mich Lass mich Ich töte mich jetzt Oh Oder? Oh, nein, 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 nein Ah Aber ich glaube, ich habe mehr gewonnen diesmal Am Anfang Nein, schon wieder 5 von 4, oder? Nee, 5 von 5 Oh Wer denkt ihr, wer gewinnt? Hungriger Hugo oder Inharmonie? Schreibt es jetzt in die Kommentare Du bist wie ein Pokémon Sascha Hä? Ich war nicht mal da Okay, ich streng mich jetzt übelst an Okay Wenn ihr nichts mehr hört von uns, Freunde, dann wisst ihr Bescheid Hä? Oh, ich leb noch, ich leb noch Ja? Oh, das tut nur Lol Was ist das für eine Scheißwaffe? Oh, was? Digga, was? Ah Wir brennen beide, wir gehen beide drauf Nein Wer ist das? Wer? Wer? Keine Ahnung, keine Ahnung Da steht ja bloß eins Keiner, keiner Muskete! Musketnuss! Ich bin tot? Nee Der prankt mich, Digga Ich muss nachladen Bin hängen geblieben Oh Oh, das ist wieder Ja, er ist selber gekillt Nein, ich bin selber reingelaufen Ja, ja, ja Nein Geil Genau, alles bei dir voll mit Meme Oh, oh, oh Springer, Springer Okay Lol, was passiert hier? Alles Oh, Alter Einfach alles in die Luft Oh Ja Nein, ich hab Was? Digga, was? Wie scheiße Ich hab Schmerz, Digga Ich hab mich selber einfach gekillt Ich bin in die Mine gelaufen Die ich platziert hab Hä? Was ist das für ein Scheißgerät? Wee Ja, manche Waffen verstehe ich auch noch nicht Ich komm in dich rein Ich brauch nen Schlüssel Verstehe Okay, Freunde Wir suchen jetzt den Schlüssel Feuerlöscher Nein, ich brenne Warte, komm her Ich lösch dich Nein 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 Plus eins Nein, Digga Ich muss mich konzentrieren Oh, ne Minigun Alter Jawohl Nein, das darf nicht zu Ende sein Doch, doch Ich hab gewonnen Ich hab gewonnen Ah Ah, Leute, es geht nicht Das geht nicht Das ist ein Portal, was zwischen uns ist Das geht nicht, Leon Das geht nicht Jawohl Jawohl Digga, das war krass Das war richtig krass Mindgames, Alter Digga, das war krass Das war krass Ja, das ist auch krass Digga, ich hab Ich nehm dich einfach Ich nehm dich mit Digga, das war grad asozial Nein Das war einfach krass Alter, richtig Du hast selber gesagt Ehrenlos gewonnen Nee Ich hab Alter, ein Punkt Haha Schau's dir an Ich hab bestimmt 15 Ah, scheiße, 11 Aber auch gut Digga, Alter Das hast du richtig stark gemacht Der Pokal Danke Tschüss Hey, hey Freunde Gib mir den Pokal wieder Hey Dann lass jetzt einen Daumen nach oben Und schreib Hey Ciao Ciao Freunde, drückt jetzt sofort auf Like Oder ich knall ihn ab Digga Uh